Puh, okay. Das ist gut. Das heißt, wir kriegen ein neues Passwort. Aber ich weiß auch nicht, welche Waffe gegen den gut ist. Drill Bomb. Ich hoffe, die ist genauso wie der die hatte, weil die war cool. Okay, wir haben jetzt einen neuen Rush, den wir glaube ich fliegen können. A2, A4, C1, C5, E3 und F2. Okay. So, wir haben jetzt Drill Bomb bekommen. Drill Bomb. Drill. Ich gehe einfach nochmal zu Toadman, weil ich glaube, gegen den haben wir letztens gekämpft. Da sind wir glaube ich hingekommen. Und dann probiere ich jetzt einfach mal ein bisschen aus, würde ich sagen, ne? Ah, der geht also doch nicht zurück. Okay, das heißt, wir werden uns jetzt erstmal töten lassen. Wo ist hier der nächste Abgrund, bitte? Hier muss ja irgendwo ein Abgrund sein, komm. Dankeschön. Aber so kommt man da ganz gut durch, ne? Einfach so rutschen die ganze Zeit? Was? Ich glaube, das werde ich mal machen. So, wo Toad waren wir? Ich glaube aber eher Diveman ist gut gegen Toad oder andersrum. Toad ist gut gegen Diveman. Weil die haben ja das Wasser miteinander. Ne. Also das ist hier jetzt... Doch, jetzt hier geht das aber. Wow. Wow. Julia, du bist die Beste. Ich trinke mal was. Ach komm, leck mich doch ihr Pisser ey. Ein Leben! Nehm ich doch gerne. Dann sind wir wieder auf dem Stand von eben. Das ist schön. Ja du mal auf deinen Scheiß Regenschwimmel zu schmeißen. Jetzt sind wir schon mal weiter als eben. Und Energie haben wir auch zurückbekommen. Das ist doch fein. Da müssen wir auf jeden Fall daran denken, dass wir hier Gegenwind haben. Hm, schade. Das sieht man so, als ob da eine große Energie da lässt, wenn der explodiert. Hier gab es doch, glaube ich, nochmal so ein kleines Goodie, oder? Ach ja, ein Mäuschen. Bäh! Oh, eine große Energie, dankeschön. Okay, das war ganz gut hier. Das ging ganz gut, sagen wir mal so. Gab es hier nicht irgendwo oben links ein Goodie, oder so? Ach jo. Ach jo. Okay, das war sehr gut. Das war sehr gut. So, was haben wir hier? Nur hier runter, okay. Ach ja. Ah, hier gab es jetzt nochmal so ein Vieh, glaube ich. Oh, okay. Oh, okay. Sehr schön. Ey, als ob ich geübt hätte, ne? Ah nein, die Springfische. Oder? Ja. Na, fick dich, ey. Können mich alle mal... an der Puppe schmacken könnt ihr mich, ey. Oh, das war Glück. Ich glaube, hier bin ich das letzte Mal gestorben. Ich bin hier auch das letzte Mal vom Boss gestorben, oder was? Ach, Gott. Das ist der komische Frosch. Nehmen wir einfach mal Drill. Einfach mal gucken. Ist das mit Wasser? Ne, ist ohne, oder? Okay. Drill ist auf jeden Fall gut gegen Toad. Drill ist gut gegen Toad. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. A, B, C, D, E, F. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wir haben Rush Marine Adapter. Also, ein U-Boot oder sowas. Achso, ich muss ja noch das... Ich vergesse das immer, ne? B1. A4. C4. S5. S5. E3. E3. Und F2. Okay. Oh, das freut mich sehr. So. Jetzt würde ich sagen, mach mal Diveman. Because Diveman und Toadman... The Possibility ist sehr. Okay, wir können das hier machen. Ich hab die Musik anders im Kopf. Na, egal. Oh. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Könnt ihr mal aufholen, mir alle hier auf den Sack zu gehen? Bah, voll rein. Nervt mich doch alle nicht, ey. Ah, hier gab's doch noch den Riesenwal. Mal. Okay. Haben wir hingekriegt. Wir haben ja zwar nicht mehr wirklich viel Energie. Aber das kriegen wir hoffentlich noch hin. Ja. Schön. Ah. Ich war blöd. Ich hab gedacht, der wird genauso schnell runterkommen. Boah. Wie er hochkommt. Wichtige Hurensöhne an Fischen, ey. Ist schon wieder die halbe Energie weg, ne? Oh. Ist war gerade sehr knapp. Oh, ne kleine Energie. Energie. Okay, again. Achso, ja. Der zieht ja. Habe ich genauso viel Energie wie eben. Vielleicht sogar noch weniger, ey. Das kann doch nicht sein. Okay. Wie viel Leben haben wir eigentlich noch? Eins. Ah, hier kommt der Putzi. Hier kommt der Putzi. Nee, das will ich nicht. Ich meine, man könnte das ändern. Ich will eine große Energie. Oder ein Leben. Fuck. Da bin ich runtergefallen. Nee. Ich nutze das jetzt auf, dass der respawnt. Ja, dann spring halt in deinen Tod, du Penner. Du Penne. Okay. Damit kann ich leben. Ich denke mal, hier wird jetzt auch der Checkpoint sein. Ja, noch eine große Energie, vielen Dank, großer Roboter. War mir jetzt das letzte Mal auch schon? Ja, ich glaube schon, ne? Puh. Ich will halt in die Haus. Nee. Nicht so gerne. Kommt jetzt nochmal ein Fisch? Sieht so aus, ne? Jetzt hoffe ich mal, dass das hier das Ende ist. Also nicht meins, sondern das des Spiels. Also dieses Levels. Ah, hier sind wir, glaube ich, gestorben, oder? Bei den Bömschen und so. Ich glaube, da bin ich da oben reingesprungen, oder so. Okay, hier warte ich nochmal ab. Nein, ich bin so dumm. Aber ich muss auch zugeben, ähm, da die Hitbox, die ist nicht 100% präzise. Ich würde sagen, da war noch ein Fußabstand. Aber man kann im Spiel ja auch nicht alles für übel, ne? Wie viel Leben haben wir? Null. Toll. Ja. Aber wir haben ja noch einen Energietang. Ach, fick dich doch. Ah nein, jetzt kommt der Fisch nochmal. Nope. Das hat gerade einfach mal nicht reagiert. Ist auch okay. Single total schief. Ding, ding, ding. Okay, alles mit Geduld. Sieht zwar jetzt gerade nicht so aus, aber... Es passt schon. Ich springe da auch nicht oben drüber. Hallo? 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 Könnt ihr mal bitte alle explodieren? Oder jedenfalls genau, die da unten. Ich glaube, da ist das Ende. Okay. Ja, ich würde dann sagen, ein Toteman, ne? Das Regen? Moment, das ist der saure Regen, oder? Und saure Regen wäre dann Drillman, glaube ich, gewesen. Ja, ich weiß es nicht. Ist hier Wasser drin? Ja, hier ist Wasser. Na, also das ist alles... Oh, scheiße. Jetzt kriege ich direkt nochmal. Das bringt auch nichts. Ja, komm, ich benutze den Energietank. Ähm. Also, Drill funktioniert nicht, Toad funktioniert nicht. Was? Ja, das ist es. Kannst du dich mal... Fuck, ey. Aber ich schreibe mir das mal auf. Ähm. Das... ...ist auch gut gegen... Äh, Dive war das. Wir werden aber jetzt nicht hier weitermachen, sondern erst beim nächsten Mal. Deswegen habe ich mir das aufgeschrieben. Ähm. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen. Wir haben ja ein bisschen was geschafft. Und, äh, ja. Hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!